Hallo, wir möchten euch alle begrüßen und freuen uns, dass ihr genauso zahlreich erschienen seid, wie im vorigen Jahr. Entschuldigt bitte, dass wir etwas später angefangen haben, aber wir wollten auf keinen von euch verzichten. Unser erstes Mal ein Lieder war von unserer vorletzten LP, Heiß wie Schnee, und als nächstes kommt ein Lied von unserer neuen LP, Schattenreiter. Ein Lied, das handelt von so einem Typen, der ein bisschen anders ist als die sogenannten normalen Leute. Der Außenseiter! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Der Außenseiter! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Der Außenseiter! 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 Der Außenseiter!